Die Verteil ich morgen in der Uni. Das ist Wahnsinn. Halt! Stehenbleiben! Wir sind verhaftet. Fräulein Sophia Magdalena Scholl? Ja. Geboren am 9.5.1921 in Feuchtenberg. 21 Jahre. Wollen Sie nachlesen, was auf Hochverrat und Feindbegünstigung steht? Gefängnis? Zuchthaus? Oder Todesstrafe? Gesteh denen bloß nichts. Es gibt nichts zu gestehen. Geben Sie doch endlich zu, dass Sie mit Ihrem Bruder zusammen die Flugblätter hergestellt und verteilt haben. Ja. Und ich bin stolz darauf. Wer waren die Geldgeber? Sie haben hier verdammt nochmal die Wahl zu sagen! Ich erwarte von Ihnen, dass Sie mich jetzt endlich Russ und Reiter nennen! Sie werfen uns Hochverrat vor. Und jetzt wollen Sie, dass ich angebliche Mittäter verrate, damit ich selber besser davon komme? Ja, was bilden Sie sich denn ein? Egal wie mein Bruder verurteilt wird. Ich will keine mildere Strafe bekommen. Bitte sorgt euch nicht. Ich würde alles genauso wieder machen. Ich würde mich noch mal zu sagen. Es gibt noch die Möge-Geräusche. Ich würde mich noch nicht älteren. Ich würde mich noch mal an! Ich würde mich noch mal an! Und jetzt gibt es uns hier nochcken. Aber ich würde mich noch ein bisschen mehr spieseln. Vielen Dank.